Wenn die Karte im Tagebuch stimmt, sind wir am Ziel. Wir sind wie Helden der Arthur-Saga. Du bist Kalad, der tapfere Ritter. Und, oh, sein Vater Lancelot, der abgelehnt wurde. Er wurde... Ha, Indy, Henry, Indy, du bist Markus. Was tust du hier? Und warum bist du so dreckig? Frag lieber nicht, sieht aus wie ein Roadkill. Markus, mein alter Freund, wie ist es dir erkangen? So, jetzt quatschen die, jetzt speichern wir erstmal nochmal ab. Speichern ist immer gut. Neuer Spielstand, das nennen wir jetzt... Iskanderun. So, schaue an... Schild. Hier steht, wenn du denkst, dein Leben sei ein Spiel, dann sei gewarnt. Nach diesem Punkt kannst du nicht mehr speichern. Schön, oder? Ach, hatte ich. Gut, dann gehen wir da mal rein. Hey, ihr zwei! Jede Sekunde zählt! Hm, ah, Indiana Jones. Gerade rechtzeitig. Mir wird anscheinend, ihre Freundin mit den Freiwilligen ausgegangen. Donovan! Es geniegt absolut gar nichts, das mich überzeugen könnte, den Graal für sie zu holen. Bumm. Außer vielleicht das hier. Ich dachte mir, dass sie es sofort verstehen. Die Heilkräfte des Graals sind das einzige, was ihren Vater jetzt noch retten kann. Ich schlage vor, sie beeilen sich, Dr. Jones. Junior! Denk an das Tagebuch! Die drei Prüfungen! Halte durch, Ted! Ich bin so schnell wie möglich zurück. Nur der bußwärtige Mann wird bestehen. Achso, nee, das stand da ein bisschen was anderes, aber ich... So, das Lustige ist, ich kann speichern. Prüfung 1. So, was ist? Zu Fuß so bereit. Nee. Okay, das war nix. Auch nicht. Da war's. Ich bin durch. So. Prüfung 2. Englisch wird Jehova... Jehova. J-E-H-O. J... J-E-H-O. Wo ist denn hier ein V? J-E-H-O. J-H-O-Fa. Ah, wusste ich so. Also man kann auf jeden Buchstaben treten. Dann, wenn ihr sagt, ihr seht nicht viel, ich sehe auch nicht viel. Okay, das war es nicht. Also bis hierhin kommen wir ja schon mal. So, wir kommen aber hier nicht weiter. Achso. Dann hier lang, hier lang, hierhin, dahin, dahin. Aber schön, dass hier wieder dunkel wird. Dahin, das ist ein A. Das ist ein E. Hier ist ein V. So, speichern. Prüfung 3. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wird das der Richtige? Wer sind Sie? Ich bin der letzte der drei Brüder, die sich geschwört haben, den Gral zu finden und zu bewachen. Das war vor über 700 Jahren. Und ein seltsamer Gewandet für einen Ritter. Nun ehrlich gesagt, ich bin kein Ritter. Das ist egal, Sie haben die Würdigkeit der der Prüfung bewiesen. Die Ehre, den Gral zu bewahren, ist nun euer. Aber Sie verstehen nicht, mein Vater liegt verwundet hier im Tempel. Ich muss den Gral finden, oder er stirbt. Nun gut, ich sehe, eure Motive sind rein. Wählt. So, da ich jetzt weder die Inschriften noch im Kopf habe, noch dieses eine Bild gesehen habe, ob der schimmert oder nicht.